Die Logarithmusgesetze bilden eine weitere Grundlage für die Videoprüfung und die werden wir uns jetzt hier ein bisschen genauer anschauen und anwenden. Für den Anfang werden wir uns ein paar Grundlagen anschauen, die hilfreich sein könnten. Ein Ausdruck dieser Form liest man entweder als Logarithmus zur Basis B von A oder Logarithmus von A zur Basis B. So oder so habt ihr erkannt, dass B die sogenannte Basis ist und diese Basis muss immer eine positive Zahl sein. Es gibt allerdings ein paar spezielle Basen, die man häufiger trifft als die anderen. Wichtig wäre Logarithmus zur Basis 10. Das wird entweder abgekürzt mit Log oder alternativ auch mit Lg. Also beide Schreibweisen sind in Ordnung. Und außerdem gibt es noch Logarithmus zur Basis E von A in diesem Fall und das kürzt man ab mit Ln von A oder natürlicher Logarithmus. Also für diejenigen von euch, die die eulische Zahl schon kennengelernt haben und Ln schon kennen, ist das natürlich einer der wichtigsten Logarithmen. Allerdings wird Ln nicht Teil dieses Tutorials sein. Hier kümmern wir uns um alle anderen Basen. Wenn ihr ein spezielles Video für Ln sucht oder für die natürliche Logarithmusfunktion, das findet ihr am Ende dieses Tutorials im Abspann. Und jetzt gibt es eine kleine Übersicht über die wichtigsten Logarithmusgesetze. Nummer 1. Logarithmus zu Basis A von U mal V ist das gleiche, oder anders gesagt, man kann es zerlegen, in Logarithmus zu Basis A von U plus Logarithmus zu Basis A von V. Also, was das Logarithmus hier gemacht hat, ist ein Produkt in eine Summe von Logarithmen zu zerlegen. Dann könnt ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen, was bei dem zweiten Gesetz abgeht, und zwar wo wir U geteilt durch V auch haben. Das kann man natürlich in eine Differenz von Logarithmen zerlegen. Die dritte Regel lernt uns, wie man mit Exponenten-Logarithmen umgehen kann. Zum Beispiel, wir haben hier Logarithmus zu Basis A von X hoch B. Also, B ist unsere Hochzahl oder unser Exponent. Und beim Logarithmen darf man oder kann man diesen Exponent einfach mit mal vor dem Logarithmus ziehen. Entsprechend sieht dann die Regel so aus. Die vierte Regel sieht beim ersten Blick, naja, sehr schlimm aus. Allerdings kann es unter Umständen eine sehr hilfreiche Sache sein. Versuchen wir mal herauszufinden, um was es eigentlich geht. Also, wir haben hier eine Potenz, die Basis ist A und im Exponenten haben wir ein Logarithmus. Und sehr wichtig, bei diesem Logarithmus ist die Basis ebenfalls A. Wenn das der Fall ist, dann können wir das Ganze umschreiben als X hoch B. Also, das bedeutet, die Zahl, die im Logarithmus ist, potenziert mit der Zahl, die vor dem Logarithmus steht. Das ist ja eigentlich die dritte Regel, oben angewandt, nur rückwärts. Und weil es ein bisschen umständlicher ist, habe ich auch ein kleines Zahlenbeispiel vorbereitet. Also, auf der rechten Seite, wenn ihr schaut, dann habt ihr hier eine 2 als Basis und hier. Und wenn ihr das Ganze jetzt mit der Regel bearbeitet, dann habt ihr am Ende nur noch X hoch 3. Mit Zahlen ist es ein bisschen einfacher als nur mit Buchstaben. Als fünfte Regel, und das sind ja keine Regeln eigentlich, sind die besonderen Werte des Logarithmus, gibt es zwei besondere Werte, die ihr euch unbedingt merken müsst. Und zwar, einmal, Logarithmus zu Basis A von A ergibt immer 1. Also, wenn die Basis und die Zahl im Logarithmus identisch sind, dann kommt immer 1 raus. Und zweitens, Logarithmus zu Basis A von 1 ist immer 0. Also, das sind auch zwei hilfreiche Sachen, die man öfters zur Vereinfachung nutzen kann. Und auch wenn man den nächsten Abschnitt jetzt nicht als Logarithmus gesetzt sehen kann, will ich es trotzdem an dieser Stelle erwähnen, weil es unter Umständen sehr hilfreich sein kann, wenn man das weiß. Es geht um die Basistransformation oder sogenannte Basiswechsel beim Logarithmen. Also, wir gehen davon aus, wir haben Logarithmus zu Basis A von B und dieser soll auf die Basis C transformiert werden. Dafür benötigen wir folgende Formel. Und diese Formel zeigt uns, dass man dieses ursprüngliche Logarithmus zu Basis A in einen Quotienten und einen Bruch von zwei Logarithmen in der neuen Basis zerlegen kann. Also, oben im Zähler haben wir Logarithmus zu Basis C von B geteilt durch Logarithmus zu Basis C von A. Und vielleicht das Ganze nochmal verdeutlichen anhand eines Beispiels. Also, wir haben hier Logarithmus zu Basis 2 von 5 und wir möchten auf die Basis 3 transformieren, das ganze Logarithmus. Deshalb haben wir dann im Bruch Logarithmus zu Basis 3 von 5 geteilt durch Logarithmus zu Basis 3 von 2. Und hier sind schon die ersten Beispielaufgaben, wo es darum geht, natürlich diese Terme zu vereinfachen. Diese Aufgaben würde ich von Schwierigkeitsgrad eher als leicht bezeichnen und zur Unterstützung werde ich jetzt auch nochmal die Regeln hier rechts einblenden. Also, weil sie relativ leicht sind, könnt ihr gerne auch auf Pause drücken und erstmal selbst probieren, sie zu bearbeiten. Und dann mit meinen Lösungen vergleichen. Fangen wir doch an mit unserem ersten Term. Natürlich müssen wir erstmal auf der rechten Seite eine passende Regel oder ein passendes Gesetz finden. Und wenn ihr so am Suchen seid, solltet ihr auf jeden Fall auf Nummer 3 stoßen, weil wir beim ersten Term eigentlich ein Exponenten haben und Nummer 3 uns sagt, was damit zu tun ist. Entsprechend wird dieser 4 nach vorne vor dem Logarithmus gezogen und wir haben dann an dieser Stelle 4 mal Logarithmus zu Basis 3 von 3. Und jetzt hilft uns Nummer 5 weiter. Logarithmus zu Basis 3 von 3 ist das gleiche wie Logarithmus zu Basis a von a, also 1. Deshalb haben wir letztendlich einfach nur 4 mal 1 stehen, was wiederum 4 ist. Fast genauso einfach ist es auch bei dem zweiten Term. Hier müssen wir nur als erstes zuerst die Wurzel umschreiben. Zur Erinnerung, die Wurzel war eine rationale Hochzahl, also eine Bruchhochzahl, und zwar, um genauer zu sein, hoch 1 halb. Also, umgeschrieben haben wir an dieser Stelle dann 2 hoch 1 halb und dieser 1 halb kann man wieder nach vorne ziehen. Dann hätten wir 1 halb mal Logarithmus zu Basis 2 von 2 und weil Logarithmus zu Basis 2 von 2 wiederum 1 ist, lautet unser Ergebnis 1 halb. Nummer 3. Bei der Nummer 3 handelt es sich um die vierte Regel und die Basis hier bei der Potenz sowie die Basis des Logarithmus passen zueinander. Das bedeutet, umgeschrieben ist das Ganze einfach nur 5 hoch 2 bzw. 25. Bei dem vierten Ausdruck haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können diesen Logarithmus entweder mit der zweiten Regel zerlegen, weil wir da einen Quotienten haben und daraus eine Differenz machen können, oder noch schneller würde es gehen, wenn wir diese 6 hoch 3 einfach nach oben in Zähl erziehen. Entsprechend hätten wir dann 1 mal 6 hoch minus 3 oder kurz gesagt nur 6 hoch minus 3. Und jetzt könnten wir wieder die dritte Regel anwenden. Die minus 3 kommt nach vorne und Logarithmus zu Basis 6 von 6 wird wiederum 1. Also lautet unser Ergebnis minus 3. Und bei der letzten Beispielaufgabe wäre natürlich auch wieder vorteilhaft, wenn wir das Ganze erstmal zusammenfassen. Nur mal so am Rande. Hier steht nur Log. Zur Erinnerung, das war die Abkürzung für Logarithmus zu Basis 10. Muss man natürlich nicht hinschreiben. Habe ich jetzt nur angedeutet. Und wenn wir jetzt diese zwei Terme in der Klammer zusammenfassen, dann haben wir eigentlich andersrum geschrieben, ich baue mal einen Zwischenschritt ein, als 10 hoch x plus 1 durch 10 hoch 2. Und diese zwei 10er Potenzen kann man miteinander verrechnen. Das ist dann Logarithmus zu Basis 10 oder einfach nur Log von 10 hoch. Und jetzt müssen wir einfach die Hochzahlen voneinander abziehen. Also wir haben dann x plus 1 minus 2. Natürlich bleibt dann x minus 1 übrig. Und spätestens jetzt nehmen wir die dritte Regel. Das heißt, unser Exponenten, also x minus 1 kommt nach vorne. Und hinten haben wir nur noch Log 10. Log 10 ist natürlich 1. Deshalb lautet unser Ergebnis x minus 1. Unsere nächsten drei Beispielaufgaben kann man eher als mittelschwer einstufen. Und die erste sieht ihr bereits. Natürlich muss man beim ersten Blick so entscheiden, welches Gesetz jetzt zutreffen würde. Naja, erstmal die gute Nachricht ist, dass beide Logarithmen die gleiche Basis, und zwar 3 haben. Das bedeutet, wir können sie zusammenfassen. Und wegen diesem Minuszeichen hier zwischen den beiden Termen, könnte man auf das zweite Gesetz schauen. Allerdings gibt es beim hinteren Term noch ein kleines Problemchen. Hier vor dem Logarithmus haben wir noch eine Zahl. Und die können wir wieder im Logarithmus reinbringen, indem wir die dritte Regel sozusagen rückwärts anwenden. Entsprechend würde ich dann einfach mal den ersten Term unverändert abschreiben. Und bei dem zweiten Term hätten wir dann Minus Logarithmus zur Basis 3. Na ja, wenn wir jetzt diese 2 reinbringen, als Exponenten, dann müssen wir Zähler und Nenner bei diesem Bruch quadrieren. 1 hoch 2 sind oder bleibt natürlich 1. Und x hoch 2 ist x hoch 2. Also, so würde jetzt unser Term aussehen. Dann könnten wir endlich diese zweite Regel anwenden. und hätten an dieser Stelle dann Logarithmus zur Basis 3. Entsprechend müssen wir einen Bruch oder mehr oder weniger einen Doppelbruch bilden. Also wir hätten dann x hoch 3 geteilt durch 1 durch x². Und diesen Doppelbruch könnt ihr natürlich auflösen. Ihr habt dann Logarithmus zur Basis 3. Und das Einzige, was noch übrig bleibt aus dem Ganzen, ist eine x hoch 5, wenn man das Ganze auflöst. Eventuell könnte man noch die 5 nach vorne ziehen vor dem Logarithmus. Deshalb lautet unser Ergebnis 5 mal Logarithmus zur Basis 3 von x. Die nächste Aufgabe sieht beim ersten Blick auch nicht besser aus. Ich persönlich würde zuerst diesen Geteiltzeichen als Einbruchstich schreiben. Ich mag dieses Zeichen eh nicht, deshalb bevorzuge ich in diesem Zusammenhang meistens Brüche. Also wir hätten dann Log, übrigens das wäre ja Logarithmus zur Basis 10, von x² geteilt durch Log von x und am Ende noch die minus 2. Jetzt im Zähler könnten wir die dritte Regel anwenden. Das heißt, diese 2, diese Exponenten hier, kann man auch vor dem Logarithmus ziehen. Entsprechend hätten wir dann 2 Logarithmus von x geteilt durch Logarithmus von x und am Ende natürlich noch die minus 2. Aber Spätzen sind jetzt, glaube ich, gut erkennbar. Log x und Log x können sich wegkürzen oder kürzen sich weg und das einzige, was noch übrig bleibt, ist 2 minus 2, was wiederum 0 ergibt. Die achte Aufgabe besteht aus drei verschiedenen Terme und auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, an die Sache heranzugehen. Zum Beispiel eine, die wir nicht anwenden werden, aber ich will sie mal erwähnen, wäre anzufangen, jetzt zum Beispiel für die ersten zwei Terme die zweite Regel anzuwenden und sie zusammenzufassen, dann am Ende nochmal die erste Regel anwenden, um die letzten zwei Logarithmus zusammenzufassen. Es wäre machbar, aber es beinhaltet sehr viele Doppelbrüche und ja, es ist nicht jeder sein Geschmack. Stattdessen könnten wir hier eine andere Taktik nehmen und zwar, ich würde eher mal die Terme, wo es geht, ein bisschen vereinfachen für den Anfang. Gut, unser erster Term, Log x, da können wir nichts mehr vereinfachen, das bleibt einfach so. Beim zweiten Term können wir die Wurzel wieder als hoch 1,5 hinschreiben, also wir hätten dann Logarithmus von x hoch 1,5 und unser dritter Term, ja, da haben wir auch Wurzel x, aber unter dem Bruchstrich, deshalb, wenn wir es nach oben ziehen, dann wird es zu x hoch minus 1,5. Also, ich quetsche es hier nochmal rein, plus Logarithmus x hoch minus 1,5. So, und jetzt bei den hinteren zwei Termen kann man problemlos die Exponenten wieder nach vorne ziehen. Also, wir hätten dann entsprechend Logarithmus von x minus 1,5 Logarithmus von x und dann nochmal minus 1,5 Logarithmus von x. So, die hinteren zwei Logarithmen kann man zusammenrechnen. Minus 1,5 Log x minus 1,5 Log x ergibt einfach nur minus Log x und Log x minus Log x ergibt natürlich wieder 0. Und zum Schluss nochmal drei Übungsaufgaben, die ihr eventuell auch selbst probieren könnt. Ich werde dann gleich die Ergebnisse einblenden. Also, bei der ersten Beispielaufgabe würde ich ehrlich gesagt die zweite Logarithmusregel anwenden. Entsprechend können wir das Ganze jetzt als Quotient hinschreiben. Wenn wir noch ein bisschen kürzen, dann bleibt ja nur noch Logarithmus zu Basis 5 von u. Bei Nummer 10 würde ich anfangen, teilweise das Ganze zusammenzufassen. Das heißt, man könnte zuerst mit der zweiten Regel die ersten zwei Logarithmen zusammenfassen. Ja, das wäre ein Doppelbruch. Aufgelöst ergibt das einfach nur ein Halb. Und unser dritter Term habe ich erstmal abgeschrieben. Dann könnte man hier auf diesen Abschnitt oder auf diesen Term unser erster Logarithmusgesetz anwenden. Entsprechend würde das Ganze dann so aussehen. Also wieder Doppelbruch aufgelöst. Und zusammengefasst ist dann Logarithmus von 3 geteilt durch 2x. Nummer 11. Man hat hier wieder mehrere Möglichkeiten vorzugehen. Ich glaube, einer der besseren wäre, diese zwei vor den beiden Logarithmen auszuklammern. Das Ganze sieht dann so aus. Und jetzt auf diesen Term in dieser Klammer hier würde ich unser zweiter Logarithmusgesetz anwenden. Entsprechend haben wir dann einen Bruch in diesem Logarithmus. Was euch jetzt noch auffallen sollte, ist, dass hier unten im Nenner die dritte binomische Formel steht. Also die 4 hier hinten kann man auch als 2 hoch 2 hinschreiben. Wenn man jetzt für den Nenner die dritte binomische Formel nimmt, dann sieht es ausführlich so aus. Und jetzt kann man kürzen. Also im Zähler steht x plus 2, im Nenner steht x plus 2. Das bedeutet, im Zähler bleibt nur eine 1 geteilt durch diese x minus 2. Und jetzt könnte man das wieder zerlegen. Und zwar, wieso? Weil es sehr nützlich ist. Logarithmus von 1 ist einfach nur 0. Und wenn man es jetzt wieder mit der zweiten Regel zerlegt und dieses Vorzeichen nach vorne zieht, dann lautet unser Ergebnis minus 2 Logarithmus von x minus 2. Und noch einen Hinweis, gleich im Abspann findet ihr auch mehrere Videos zu verschiedenen Grundlagenthemen. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.